Nachdenkseiten. Die kritische Website. Gesicherte Teilnahme der Nachdenkseiten an der Bundespressekonferenz bis August 2025. Von Florian Warwick. Für die einen gute, für die anderen wohl eher schlechte Nachrichten. Nachdem sich die Nachdenkseiten im Juli 2023 erfolgreich Fragerecht und Teilnahme in der Bundespressekonferenz BPK auf gerichtlichem Wege erstritten hatten, ging der Vorstand des privaten Vereins BPKEV, welcher die Regierungspressekonferenzen durchführt, umgehend in Berufung. Das Kammergericht Berlin hat jetzt den Berufungstermin auf den 27. August 2025 bestimmt. Damit bleiben den NDS unabhängig vom Ausgang der zweiten Instanz mindestens 15 weitere Monate, um die Regierungsvertreter in der Bundespressekonferenz mit Fragen zu erfreuen. Zitat So lautete der Schlüsselsatz im Urteilsspruch des Berliner Landgerichts, welcher die Nachdenkseiten am 28. Juli 2023 zuging. Das Berliner Landgericht verwies im Urteil insbesondere auf Artikel 3 und 5 des Grundgesetzes sowie darauf, dass der Beklagte vorliegend an die Beachtung der Grundrechte des Klägers gebunden ist. Insgesamt ließ das Urteil kaum ein gutes Haar an den von der Bundespressekonferenz und der sie vertretenen Anwaltskanzlei vorgebrachten Argumenten. Im Urteil hieß es dazu, unter anderem völlig pauschal vorgetragen, nicht prüfbar, nicht geeignet sowie keinerlei substanzierten Vortrag. Trotz dieser deutlichen juristischen Klatsche und dem Verweis auf die Grundrechtsbindung legte der Vorstand der BPK unmittelbar nach dem Urteilspruch Berufung bei der nächsthöheren Instanz, dem Berliner Kammergericht, ein. Das Kammergericht ist das höchste Gerichts Berlin und geht auf das preußisch-königliche Hofkammergericht zurück. Es entspricht dem Oberlandesgericht in den restlichen deutschen Bundesländern. Jenes Kammergericht hat nun, wie bereits erwähnt, den Berufungstermin festgelegt auf den 27. August 2025. Die damalige Urteilsbegründung des Landgerichts Zitat Das Landgericht verwies in seiner Urteilsbegründung Zitat Ende. Und weiter erklärt das Gericht, Der Kläger Florian Warwick erfüllt die Voraussetzungen des § 2 der Satzung des Beklagten, da er zum einen ein in Berlin ansässiger Journalist ist und darüber hinaus umfassend über bundespolitische Themen berichtet. Zitat Ende Doch das sah das Gericht anders und führte dies auch weiter aus. Zitat Zitat Ende Wirklich peinlich für die Bundespressekonferenz und die sie, vertretene Kanzlei, wurde es auf den letzten zwei Seiten der Urteilsbegründung. Diese widmeten sich der im Zuge der mündlichen Verhandlung von der Richterin eingeforderten konkreten Belege bezüglich der Behauptung, ich hätte Mitglieder der Bundespressekonferenz beleidigt, sowie den angeblich vorgebrachten Einwänden von Mitgliedern gegen mich. Zitat Satzungsgemäße Ausschlussgründe, die vorliegend eine Verurteilung des Beklagten ausschließen würden, hat dieser bislang substanziiert nicht vorgetragen. Insbesondere hat der Beklagte in dem ihm nachgelassenen Schriftsatz vom 13. Juli 2023 substanziiert nicht dazu beigetragen, welche inhaltlichen Einwände konkret gegen eine Mitgliedschaft des Klägers vorgebracht worden sind. Das Gericht hat in der mündlichen Verhandlung zwar ausgeführt, dass das Entscheidende nicht auf die Namen der die Einwände erhebenden Mitglieder ankommen dürfte, Das Gericht hat aber deutlich gemacht, dass der Inhalt der Einwände vorzutragen ist, damit geprüft werden kann, ob sie nach der Satzung des Beklagten einer Aufnahme entgegenstehen und damit vorliegend auch eine Gleichbehandlung des Klägers zu einem Mitglied des Beklagten. Im Schriftsatz selbst sind die inhaltlichen Einwände pauschal zusammengefasst und unter Beweis gestellt durch Parteivernehmung des Vorsitzenden des Beklagten. Insoweit liegt nicht einmal ein schlüssiger Vortrag vor, da die schriftlich eingereichten Einwände inhaltlich hätten vorgelegt werden können. Ob die Zusammenfassung den Einwänden überhaupt entspricht, ist in dieser Form durch das Gericht nicht prüfbar. Auch ist der angebotene Beweis durch Parteivernehmung des Vorsitzenden des Beklagten vorliegend nicht geeignet, den fehlenden Vortrag zum konkreten Inhalt zu ersetzen. Insoweit hätte der Beklagte problemlos die jeweils erhobenen Einwände konkret inhaltlich wiedergeben können, ohne anzugeben, welches Mitglied der entsprechenden Ausführungen gemacht hat. Vorliegen kann also nicht festgestellt werden, dass entsprechende Einwände vorliegen, die zu einer Nichtaufnahme des Klägers führen können. Aber auch sonst hat der Beklagte keinerlei substanzdiierten Vortrag dazu vorgebracht, warum dem Kläger hier nicht Zugang zu seinen Veranstaltungen wie einem Mitglied ermöglicht werden kann, also insbesondere, dass Ausschlussgründe vorliegen. Um sich eine Vorstellung davon machen zu können, auf welchem argumentativen Niveau sich die Argumentation der BPK und der Kanzlei bewegte, sei auf zwei anschauliche Beispiele verwiesen. Zum einen wurde als Einwand gegen meine Teilnahme an der Bundespressekonferenz vor Gericht aufgeführt, ich hätte Regierungsmitglieder verächtlich gemacht, was dem Ansehen des Vereins schaden würde. Als Beleg wurde dann auf einen angeblichen, dem Gericht nicht vorgelegten Tweet, mit dem sich der Kläger über Frau Baerbock lustig gemacht hat, verwiesen. Zum anderen wurde dann im abschließenden Vortrag der Gegenseite behauptet, ich hätte erkennbar ein gestörtes Verhältnis zu den Institutionen des Beklagten. Hier wurde nun als Beleg für diese Behauptung angeführt, der Kläger hat den Vorsitzenden des Mitgliedsausschusses, Jörg Blank, als Kanzlerkorrespondent bezeichnet. Weiter heißt es dann im Wortlaut, Zitat Ende Wir halten fest. Mir als Parlamentskorrespondenten der Nachdenkseiten wurde gegenüber dem Landgericht unterstellt, ich hätte in verschwörungstheoretischer Absicht den falschen Begriff Kanzlerkorrespondent genutzt, um ihn als von Mächtigen gesteuert darzustellen. Doch diese Darstellung hat ein offensichtliches Problem. Der Begriff des Kanzlerkorrespondenten ist im Gegensatz zur Darstellung des BPK-Vorstands mit nicht meiner Erfindung, sondern, ganz im Gegenteil, der offizielle Titel der DPA. Am 26. September 2017 gratulierte sogar die DPA hochoffiziell Jörg Blank zur N-Nennung unter genau dieser Bezeichnung. Zitat Jörg Blank wird neuer Kanzlerkorrespondent der DPA. Wir gratulieren. Auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn bezeichnete sich Jörg Blank jahrelang selbst als Kanzlerkorrespondent. So viel zum argumentativen Ansatz der Bundespressekonferenz vor dem Berliner Landgericht. Da bei einer Berufung keine neuen juristischen Argumente vorgebracht werden können, darf man gespannt sein, was sich die Gegenseite einfallen lässt, um die vom Landgericht in der Urteilsbegründung angeführte Grundrechtsbindung sowie die Verweise völlig pauschal, nicht prüfbar, nicht geeignet sowie keinerlei substanzierter Vortrag argumentativ gegenüber dem Kammergericht zu entkräften. Der Termin vor dem Kammergericht am 27. August 2025, einem Mittwoch, ist öffentlich. Interessierte Leser der Nachdenkseiten können sich also gerne selbst ein Bild von der Verhandlung machen. Warwick, Nachdenkseiten. Ich freue mich, dass ich dank einem funktionierenden Rechtsstaat wieder hier bei Ihnen sein darf. Herr Hebestreit, Fabio De Masi, Finanzexperte und in seiner Rolle als Mitglied des Bundestages auch maßgeblich daran beteiligt, den Kamex-Skandal oder die Aufbereitung des Ganzen voranzutreiben, hat Ende August eine Strafanzeige wegen uneiglicher Falschaussage des Bundeskanzlers vor dem Untersuchungsausschuss gestellt und auf acht Seiten legt auch relativ minutiös nach, wieso der Bundeskanzler, beziehungsweise damals noch in einer anderen Funktion, vor diesem Untersuchungsausschuss gelogen haben soll. Recherchen von Stern und Spiegel stützen eigentlich diese Darstellung. Deswegen würde ich fragen, könnten Sie hier mal für reinen Tisch sorgen und sagen, hat der Bundeskanzler, hat Olaf Scholz vor diesem Untersuchungsausschuss gelogen, ja oder nein? Herr Barri, ich freue mich auch, Sie hier wieder zu sehen. Und ansonsten kann ich dazu sagen, es jedem unbenommen dazu, sich zu äußern oder auch Strafanzeige zu stellen. Es liegt dem jeweiligen Behörden, das zu beurteilen, das werde ich von dieser Stelle nicht. Ja, aber eine Verständnisfrage hätte ich dann noch. Der Bundeskanzler hat ja vor diesem Untersuchungsausschuss einerseits gesagt, dass er keinerlei persönliche, direkte Erinnerungen an dies Treffen mit dem Finanzkriminellen Christian Olearius hat. Ebenfalls hat er eingeräumt, dass es aber zu diesem Zeitpunkt gar keine Kalendereintrage mehr gab oder er zumindest keinen Zugriff mehr drauf hatte. Wie konnte denn der Bundeskanzler diesen Termin bestätigen vor dem Untersuchungsausschuss, wenn er weder eine konkrete Erinnerung hatte, noch den Kalendereintrag dazu zur Verfügung? Wenn Sie uns das vielleicht noch kurz erläutern könnten? Das würde ich Ihnen nicht erläutern, tue ich auch nicht. Das ist Teil dieser Angelegenheit plus, dass es sich um die Zusammenhänge handelt, die in der Frage des Bundesfinanzministeriums liegen. Ich sitze hier als Regierungssprecher und spreche für die aktuelle Bundesregierung. Aber Sie haben ja schon gesagt, es gibt dazu ein Verfahren, eine Strafanzeige und dann muss man sehen, was sich daraus entwickelt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.